Na Püppi? Guck mal hier, da ist der Platz. Also alles kontrollieren. So, da ist schon mal Püppi bei heute. Nichts bei. Alles von ALRI heute. Mal sehen, wie das schmeckt dir. Kalbsnackensteak, Tomaten, Gurke, Kirschen, Hähnchenkeulen, Würstchen, Ungarische Salami. So eine Art Malzbier, Thunfisch, Käse, Badejunge. Ein abgewichster Maulkorb, den ich schon drei Monate trage. Aber der schützt vor Geldstrafe. Das ist auch das 1 hier. Am 1.8. jetzt zur Demo. Nieder mit dem Maulkorb. War Püppi? So, alle gesehen, ja? Ja, hier ist doch nichts. Nichts bei Püppi bei. Hast den ganzen Schrank voll. Was? Haha. So, machen wir Schluss, wa? Nochmal ein Fenster, Püppi? Gön? Fenster? Fenster? Und lasst es bleiben. Und lasst es bleiben. Ju- actions. Vielen Dank.